So Freunde, heute war ein anderes Video geplant und ich muss wieder Zeit für so ein Video hier verschwenden. Unser Freund Danny hat mal wieder ein Video rausgehauen. Fangen wir mit den guten Sachen an, denn wir lassen uns nicht auf sein Niveau herab. Erstmal sagte er, er hat zwei Kinder und möchte mit YouTube Geld verdienen, aber keine Scam-Projekte bewerben. Das ist ehrenswert und da kann ich ihm voll zustimmen. Dann war dieses Video hier vor vier Tagen eins der ersten guten Videos von ihm. Auch wenn er mal wieder die Investigationsarbeit von Menschen in Telegram abgestaubt hat, war das Video gut. Das war das Gute, kommen wir jedoch zum Schlechten, welches wirklich beschämend ist. Er spricht in dem Video von gestern seine YouTube-Freunde vom Stammtisch an und beschwert sich, warum sie ihre Werbevideos zu AI-Doge nicht rausgenommen haben. Kevin war wohl der Einzige und das Schlimmste ist jedoch, dass sie über ICO-Scam-Projekte redet, aber meinen und Karos Namen im Titel als Clickbait benutzt. Und das ist quasi schon Rufmord. Gegen Caro hat er vergleichsweise nicht mal was zu kritisieren und gegen mich hat er wie immer noch weniger. Dennoch benutzt er unsere Reichweite für seinen Clickbait. Das ist beschämend und schämst du dich nicht, Danny? Seine Kritik mir gegenüber war, dass ich nicht tiefgründig genug recherchiere. Öfter habe ich sowas gesagt wie Recherche, muss auf genug Projekte im Portfolio aufgeteilt sein, um die Diversifizierung nicht zu vernachlässigen. Oft steigert man sich in der Recherche auch zu sehr in ein Projekt rein und wird zum Fanboy, so wie er es geworden ist, oder eventuell noch schlimmer zum Maxi. Also wie immer ist hier die goldene Mitte sehr wichtig. Als nächsten Kritikpunkt sagt er, dass die Bewertungsmatrix nicht perfekt sei, aber wie soll das auch gehen? Das ist meine subjektive Meinung und jeder Mensch hat eine andere Meinung. Was er jedoch als nächstes sagte, war schon wieder kriminell. Er sagte, diese Grafik verleite den einen oder anderen in bestimmte Projekte zu investieren. Ich habe es als Andeutung wahrgenommen, dass ich von bestimmten Projekten hier im Grafen gesponsert oder bezahlt werde. Wenn man seinen Verstand einmal einschalten würde, würde man sehen, hier sind Riesenprojekte in den grünen Bereichen. Warum sollte ein Projekt wie Quant jemals in 100 Jahren mich bezahlen, Werbung zu machen? Zudem bin ich nicht Kevin Cage und werde solchen Content wie Kevin Cage nicht bringen. Es steht für genau das, was ich seit Tag 1 verurteile. Wenn es darum geht, Projekte emotionslos vorzustellen, dann nehme ich mir das Recht raus, jetzt und in der Zukunft Geld dafür einzunehmen. Dennoch wurde ich auch dafür für keins dieser Projekte im Grafen bezahlt. Also meine Frage an dich, Danny. Wie kannst du mit dir leben und immer Vermutungen in den Raum stellen? Wie kannst du sagen, ChatGPT schreibt meine Scripts, wenn du weißt, das stimmt nicht? Wie kannst du sagen, mein Graf verleitet Menschen zum Einkaufen und deutest an, dass ich bestimmte Projekte bevorzuge, weil ich eventuell Geld dafür bekomme? Wie kannst du sagen, ich melke meine Viewer mit BitWavo-Gebühren, wenn ich immer Preisziele zeige und davor warne, zu spät einzusteigen? Vor allem sind die BitWavo-Gebühren nicht mal im vierstelligen Bereich. Also wie kommst du mit dir selber klar, frage ich mich. Ein ernstzunehmender, respektierter Kritiker geht nicht so emotional nach Vermutungen vor wie du. Kommen wir zum Thema ICOs. Erstmal war es meine Idee mit der Suche nach dem 1000x-Anstieg im ICO-Markt und ich habe das Experiment gestartet, in 30 ICOs zu diversifizieren. Von Anfang an habe ich gesagt, ich mache es, damit ihr es nicht machen müsst. Ich habe gesagt, dass der ICO-Markt hochriskant ist und es gibt sehr viele Scam-Projekte. Projekte auf ICO-Drops und ICO-Holder werden akribisch vorgefiltert, aber anscheinend nicht perfekt. Daher ist es sehr riskant. Dann, nachdem ich diese Reihe gestartet habe, bekomme ich etliche Fragen von Vion zu dem und jenem Projekt. Ich habe die Community gefragt, soll ich auch komische oder fragwürdige Projekte vorstellen und sagen, warum sie fragwürdig sind? Die absolute Mehrheit hat ja gestimmt. Nun stelle ich in der ICO-Reihe alles gerade am Markt Relevantes vor. Bei Meme-Coins habe ich mehrfach gewarnt und sie in der Kategorie Glücksspiel eingeordnet. Zudem habe ich sie selber nicht gekauft. Wenn man meine ICO-Reihe kritisieren will, dann sollte man doch bitte darauf achten, wie ich Projekte darstelle. Und zweitens sollte man sich die Projekte anschauen, die ich gekauft habe. Das wird unser Freund aber nicht tun, weil er nur mit Drama Reichweite generieren kann. Also zusammengefasst, ich habe in der ICO-Reihe gesagt, ich diversifiziere in 30 Projekte. Sie sind hochriskant, macht es nicht nach. Die Projekte, die ich gekauft habe, sind nicht perfekt, aber ich kann vor allem in einem 30er ICO-Portfolio hinter ihnen stehen. Und nein, ich wurde von ihnen nicht bezahlt. Undeads wollte mich eventuell mal sponsern, nachdem ich es gekauft und gut geredet habe, aber auch dazu ist es nicht gekommen. Also meine Frage nun an dich, Danny. Bin ich verantwortlich für Menschen, die meine ICO-Reihe nachmachen und irgendwas anstellen? Zweite Frage. Schämst du dich nicht mit deinen Vermutungen? Schämst du dich nicht, mich und Caro für Clickbait zu benutzen und gleichzeitig Rufmord zu begehen? Schämst du dich als erwachsener Mann nicht, auf YouTube nur mit Drama-Content Klicks zu generieren? Denkst du, das sei der Mehrwert, von dem du immer sprichst oder generell langzeittechnisch haltbar? Mein Rat an dich, Danny. Setz dich hin, arbeite mal etwas, bring Mehrwert in deinen sogenannten Mehrwert-Videos und rede nicht 14 Minuten um den heißen Brei. Menschen, die erfolgreich sind, bewundern und konkurrieren sich und versinken nicht im Neid. Vor allem schaden deine Vermutungen anderen Menschen und das nur, weil du dem Augenschein nach selbst zu faul und zu neidisch zum Arbeiten bist. Versuch dich weniger emotional an Projekte zu binden. So, und das war meine Kritik an dich, Danny Boy. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst, euer Big Daddy.